So, was haben wir denn? Ich mache jetzt schon wieder Oh, die Oma ist schon Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Musik Vorgefahr Das sind eigentlich praktische Skins Sie haben neben diesen Nationalflaggen auch verschiedene Farben dafür Also so sind die Farben der Nationalitäten in den Fußballmannschaften Aber für Fortnite Verhältnisse geht das doch eigentlich Kostet 1200 Man findet 4 verschiedene Stile In dem Sinne Man kann dann hier noch die Nummern einsetzen Aber ich finde die kommen jetzt zu oft rein Es gibt auch noch andere Versionen die sind episch Entschuldigung Ja 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 es ist E-Shot noch drum. Ja, sonst nichts Neues.